Elterlein ist eine erzgebirgische Kleinstadt im Erzgebirgskreis in Sachsen. Geografie Elterlein liegt im Erzgebirge. Die Stadt breitet sich sternförmig aus. Zentrum ist der auf einem Hochplatte liegende Marktplatz. Die Ausbreitung erfolgt ansteigend in Richtung Schatzenstein und nach drei Seiten abfallend bis an die den Ort umgebenden Auen am Schlangengraben und Schwarzbach. Ortsteile Die Stadt Elterlein besteht seit der Eingemeindung von Schwarzbach im Jahr 1996 aus zwei und seit der Eingemeindung von Hermannsdorf im Jahr 1999 aus drei Ortsteilen. Das an der Staatsstraße 258 zwischen Elterlein und Zwönitz gelegene Burgstädte bildet keinen eigenen Ortsteil. Im Norden grenzen die Städte Zwönitz und Geier sowie die Gemeinde Tannenberg an Elterlein. Im Osten sind es die Stadt Schlettau. Im Süden die Stadt Scheibenberg sowie die Gemeinde Raschau-Markersbach und im Westen die Stadt Grünhain-Bayerfeld. Die mit 760 Meter höchste Erhebung auf dem Gebiet der Stadt ist der unmittelbar nordwestlich von Elterlein. An den Gemeindegrenzen zu Zwönitz und Grünhain-Bayerfeld im Grünhainer Wald gelegenen Schatzenstein. Geschichte Der Ort lag im Mittelalter an einem wichtigen Handelsweg zwischen Halle und Prag der Salzstraße über den Presnitzer Pass. Der Name Elterlein wird meist von Altalein, also einem kleinen Altar, an diesem Weg abgeleitet. Erstmals wurde das Elterlein 1406 urkundlich erwähnt. Angaben, wonach der Ort bereits 1118 bestand, sind nicht belegt. Auch die Ersterwähnung als Stadt ist erst für 1483 schriftlich belegt. Elterlein gewann zur Zeit des großen Berggeschreis durch den im Erzgebirge aufblühenden Bergbau rasch an Bedeutung. Um 1500 besaß die Stadt ein eigenes Bergamt für seine Zechen. Mitte des 19. Jahrhunderts ging der Bergbau wie in der gesamten Region auch in Elterlein zurück und wurde eingestellt. Doch noch heute sind zahlreiche Zeugnisse des Altbergbaus zu finden. Neben Stollenmundlöchern, Halden und Tagebrüchen der idyllisch gelegene Schwarze Teich der Ende des 16. Jahrhunderts zusammen mit dem künstlichen Steingraben zum Betrieb einer Zeche angelegt wurde. Durch den Bergbau entstanden schon früh verarbeitende Gewerbe wie Mühlen, Hammer und Hüttenwerke. Während der Industrialisierung war Elterlein im März 1848 neben Mittweida ein Schauplatz des Nagelschmiedeaufstands. Dieser richtete sich gegen neue Fabriken, mit denen die Nagelschmiede als Handwerker und Kleinstunternehmer im freien Wettbewerb nicht konkurrieren konnten und daher durch diese ihre Erwerbsgrundlagen bedroht sahen. In Elterlein wurde von den Aufständischen die Leinbrocksche Fabrit gestürmt. Durch mehrere ausgedehnte Stadtbrände in den Jahren 1662, 1676, 1719, 1861 und 1868 wurde Elterlein oft schwer zerstört. Im Jahr 1240 ist das Waldhufendorf-Schwarzbach erstmals in einer Überreignungsurkunde an das Kloster Grünhain urkundlich erwähnt. Der Ort wurde am 1. April 1996 eingemeindet. Hermannsdorf ist ein vermutlich um 1200 besiedeltes und 1460 erstmals urkundlich erwähntes Waldhufendorf. Auch hier prägte bis ins Jahr 1873 neben der Landwirtschaft, besonders der Bergbau über Jahrhunderte das Leben und hinterließ sichtbare Zeichen wie den Seifengrund mit zwei mächtigen Reitolden. Der Ort wurde am 1. Januar 1999 eingemeindet. Am 3. Oktober 1990 zählte Elterlein 3668 Einwohner. Folgende Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember des voranstehenden Jahres. Quelle Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsenpolitik Stadtrat Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 16 Sitze des Stadtrates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen. CDU 8 Sitze FWGHDF 3 Sitze WVSCHW 2 Sitze Gemeinsam FD Sankt Elterlein 2 Sitze FWBF 1 Sitze Elterlein ist seit dem 1. Januar 2009 Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Zwönitz in der Zwönitz die erfüllende Gemeinde ist. Zuvor war die Stadt Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Geyer. Karl Weinhold war von 1990 bis 2009 Hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Elterlein. Am 9. November 2009 hat Siegward Ulrichs das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters übernommen. Partnerstädte Seit dem 14. September 2004 gibt es eine offizielle Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Bellem in Niedersachsen, die auf ersten Kontakten in den 1950er Jahren basiert. Seit 1953 bestehen Verbindungen zur Gemeinde Remshalden in Baden-Württemberg, die 2003 ebenfalls durch eine offizielle Partnerschaft besiegelt wurden. Religion Mit denen der St. Laurentius Kirche Elterlein, der St. Michaeliskirche Hermannsdorf und der Dorfkirche Schwarzbach gibt es drei Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. Innerhalb der Evangelischen Landeskirche gibt es zudem die Landeskirchliche Gemeinschaft und im Ortsteil Elterlein hat eine Gemeinde der Evangelisch-Methodistischen Kirche ihren Kirchsaal. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke Ausflugsziele Erholung St. Laurentius Kirche Elterlein St. Michaeliskirche Hermannsdorf mit Pollerorgel Fachwerkhäuser im oberen Ortsteil von Hermannsdorf Kur-Sächsische Postdistanzsäule von 1729 in Elterlein Barbara Uthmann Denkmal in Elterlein Dorfkirche Schwarzbach Schatzenstein und Gansberg Naturschutzgebiet Hermannsdorfer Wiesen und Schwarzer Teich Regelmäßige Veranstaltungen Dengelfest im Ortsteil Schwarzbach Sternwanderung zum Schatzenstein Kirchweihfest in Elterlein Weihnachtsmarkt in Elterlein Turmblasen vom Turm der St. Laurentius Kirche Elterlein Freizeitwandern Reiten Bulling Schlittenhunde Wirtschaft und Infrastruktur An die Tradition des schon früh existierenden verarbeitenden Gewerbes anknüpfend ist Elterlein heute, gemessen an den hier insgesamt 1471 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Arbeitnehmern und am Gesamt- sowie Auslandsumsatz Einer der regional bedeutsamsten Industriestandorte mit der Automobilzulieferindustrie als größtem Arbeitgeber Bedeutende ansässige Unternehmen sind unter anderem Bodet & Horst GmbH & Co. KG Linnemann Schnetzer Sachsen GmbH Max Bögel Bauunternehmung GmbH & Co. KG Unterkater Petri GmbH Elterlein liegt an einem Autobahnzubringer für das obere Erzgebirge der Staatsstraße 258 Sie bietet eine direkte und schnelle Verbindung zwischen der A72 und der B101 Mit der Bahnstrecke Zwönitz-Scheibenberg hatte die Stadt ab 1900 auch einen Bahnanschluss Nach dem teilweisen Rückbau der Strecke im Jahr 1947 als Reparationsleistung an die Sowjetunion wurde 1966 der Eisenbahnverkehr endgültig wieder eingestellt und die noch verbliebene Reststrecke zwischen Elterlein und Scheibenberg ebenfalls zurückgebaut Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Wolfgang Gule bekannt als Pestpfarrer von Annaberg Karl Weinhold Politiker, MDL, Bürgermeister von Elterlein Christian Gotthold Hoffmann, Wissenschaftler und wichtige Persönlichkeit der Dresdner Gesellschaft im Retablissement Personen, die mit Elterlein in Verbindung stehen Christian Lehmann, Kindheit und erste Anstellung als Hilfsgeistlicher in Elterlein Einer der bedeutendsten Altchronisten des Erzgebirges Johannes Oertel, Bürgermeister von Elterlein, Besitzer des Hammerguts Tenicht